Jeff Bezos, Chef und Gründer von Amazon, zieht sich überraschend von der Spitze seiner Firma zurück. Derzeit sei Amazon so erfinderisch wie nie zuvor, deswegen sei dies die optimale Zeit für einen Wechsel, so Bezos' Begründung am Dienstag. In der Corona-Krise machte der weltgrößte Online-Händler erstmals mehr als 100 Milliarden Dollar Umsatz in drei Monaten. In einem Schreiben an Mitarbeiter erklärte der 57-Jährige, durch den Schritt mehr Zeit und Energie für seine anderen Projekte zu haben. Bezos hat das Unternehmen aus Seattle vor 27 Jahren gegründet und von einem digitalen Buchhändler zum dominanten Online-Primus mit mehr als 800.000 Mitarbeitern gemacht. Im dritten Quartal dieses Jahres übernimmt Andy Jesse das Ruder. Er war bisher Chef der Cloud-Sparte AWS. Er war bisher Chef der Cloud-Sparte AWS. Er war bisher Chef der Cloud-Sparte AWS.